Feuerwache 09 Nimm doch einen Schluck aus deiner Pulle Dann sprichst du hier runter Runden in den Schluckabang So sah Hans aus, als er den Bietenschwamm vom Baum runtergeholt hat Genau so Feuer auf, Jagen 16 Uhr erschlagen Witz und Verstärkung Raus ab Norbert Voila Spezialität vom Opa Die reinste Zirkusvorstellung